Darf ich vorstellen, das ist mein Aquarium. Ohne Wasser. Man nennt es auch Terrarium. Da ein wenig wenig die Erde war, dachte ich, ich werde ein anderes Wort suchen. Der Glaskasten. Ich habe, sie kam an und sie flog zu mir. Sie konnte nicht laufen, sie war ein wenig schwach. Da gab ich ihr Honig und Pollen, Nektar. Mal schauen. Vielleicht braucht sie auch Wasser. Ich weiß es nicht. Nektar und Pollen braucht sie. Das weiß ich. Vielleicht auch ein paar Bühnen. Nein, ein paar Mücken. Das mag auch sein. Aber das sind eher die Hornissen. Die Hornissen fressen die Kleinen. Deswegen brauchen wir die Hornissen. Sonst müssen wir die Kleinen essen. Und es ist besser, wenn wir die Hornissen essen danach, wenn sie satt sind. Aber nicht die Jungen. Die müssen noch arbeiten. So hatten wir unser System geschaffen. Du bist müde. Ich sehe es. Der Honig kommt. Demnächst in diesem Kino. Erzählig kommt.